Was mit euch? Was mit dir? Noch mehr unsichtbarer Stuff. Wo ist Bowser? Noch lange bis Bowser? Die sehen ihn gerade nicht. Wo könnte er noch sein? Wenn wir hier schon mal Wutböcke sind, könnte man die eigentlich mitnehmen. Hey, Baby Bowser. Da hinten ist ein Dings. Geht halt mal holen. Ist zu weit weg, he? Faule Stück, du. Gott, ich... Das ist so... Die Idee ist so cool. Die Idee ist echt cool. Dann wacht man mal hier auf Captain Schlafnasa. Wie jetzt? Bowser Junior hat nicht Daddy an? Da! Attack him! Ist zwar eine faule Sau, ne? Ist der Wahnsinn. Angespannt wartete Mario. Auf den vernichteten... Auf den vernichtenden... Todesstrahl. Bitte warten. Bowser wird geladen. Pfiou. Dankeschön. Da hat er ja schon relativ wenig Leben nur noch, oder? Oder bilde ich mir das ein? Vielleicht hat er auch einfach nur noch eine zweite Lebensbar, wer weiß. Okay. Dann schauen wir doch mal, was das hier hinten mit dem Ding auf sich hat. Oh. Oh. Du musst dich ein bisschen mehr anstrengen, Nessi. Okay. Nessi... Nessi will nicht. Gibt's dir gut, Nessi? What the fuck? Komm, wir gehen wieder. Und was haben wir hier? Irgendwas zum Stampfen. Oh. Wird schon mal den hier stampfen. Oh. Wird schon mal den Lacken lassen. Oh. Wird schon mal den Lacken lassen? Und was ist das? Oh. war es das über die unsichtbare wand wie ricochete so datamor ist da deine katze ne das ist eine möwe dat da ist eine katze wie soll ich denn die katze auch mit der eischolle was machst du hier ach ja ich bin ja keine katze du hast angst von mir das war schon mal interessante musik oh gott jetzt muss ich ewigkeiten warten als schon oh gott die wochen dann so weine ok hier bau sein juni bau sein schon so lange ich will die katze nicht hier spiel mit der ganze wie für so die katze zu schlagen als die katze in ruhe ich realisiere gerade erst dass das timing super bescheuert ist ich könnte die katze absetzen ja aber sollte was sagen ich habe ein ganz anderes problem katzen sind nämlich voll agro wenn bau sah das und sterben immer noch im wasser jagd auf blaue münzen ich habe gerade echt andere probleme spiel aber okay aber schuldig nehmen wir ein sinnloses power ab hier ein stern ja hell ja weiß zwar nicht wofür aber danke gerade am gucken ob ich hier irgendwo auf anhieb irgendwelche wut blöcke sehe aber ich habe jetzt keine wow das hat mich getroffen ich wollte ja so ein bisschen bullshit okay ist egal wir können jetzt einfach warten und dann machen wir das ganze noch mal ich finde es interessant dass hier gefühlt überall münzen sind so ist die ganze zünder da ach ja ich brauche ein katze power machen wir das ganze also noch mal diesmal mit ein bisschen besseres besseren timing katzen katzen Da sind dann auch erst zwei Katzen, dann brauche ich immer noch eine, aber die ist schon relativ weit weg. Wo ist die Glocke? Da hinten ist die Glocke. Das ist ein ziemlich heftiger Weg, den du hier laufen musst, mit der. Plus ich darf das Wasser nicht berühren. Muss ich echt bis da rüber? Holy fuck. Also noch weiter weg hätte man die nicht parken können, oder? Scheiße, jetzt muss ich den auch noch da rüber kriegen. Das ist doch ein Joke, warum ist das so weit? Guck mal, wie ich hier raufkomme. Hier ist schon mal eine Katze. Krach mit Katzen-Bum-Bum. Katzen-Bum-Bum. Ich habe so gerade einen Bowser Zeit, das Ganze irgendwie hinzukriegen. Hier ist nix. Wirklich? Wirklich? Ich habe quasi ein Bossfight während Bowser hier Amok läuft, ok Kennt man ja Sobald fertig Drehwurm Nice Ich mag das, dass ich mich so ein bisschen... Ich fühle mich relativ verloren auf dieser Insel, wenn das Sinn macht Das ist irgendwie so... Keine Ahnung Ich weiß nicht genau, wo ich bin oder wo ich hin will Aber irgendwie gibt es überall irgendwas zu entdecken Was ziemlich nice ist What is this? Ok Also Funfact ist, ich habe glaube ich hier was gesehen Was da? Ja, aber da war überall irgendwas, ok Katzen Siegner Nummer Uno Oh ne, die zweite sogar schon War hier noch einer? Äh... Nicht, dass ich das sehen würde Ok, um da hochzukommen Möchen wir hier über Und dann nehmen wir den Wand Express In der Etage nach oben Und äh... Äh... Dann nehmen wir Baby Bowser Und sagen Nimm das da Und dann wir nicht brauchen Gedanken machen darüber Wie wir da hochkommen Ich habe nicht meine Ahnung Was das für ein Akzent ist Wort gefragt So, das hier Und dann fehlt mir immer noch Ehh... Eine... Die Frage ist nur wo Maybe in dem Ding, was sich da unten freigeschaltet hat Irgendwo hier Ich weiß nur nicht wo Wo ist das? Da, da Ist zu weit weg Ok Nicht womit ich gerechnet habe Aber sure Weil es ist hier oben vielleicht Nee, da ist gar nichts Aber weißt du, was die Idee wahrscheinlich war? Dass du hiermit Ich irgendwie in die Richtung hier drehst Und... Wupp Das war die Idee Kannst du fliegen? Äh... Ich könnte ein Fliegenpower bis hierhin bringen Unmöglich wäre das jetzt nicht Der Hase ist weg Hat jemand meinen Hasen gesehen? Nessie Äh... Hi Wir gehen mal auf Hasensuche Let's go Hm Got'em! ich bin sehr verwundert dass der hase keine katzenohren hatte einfach mal um das nur festzuhalten sehr gut sein können was ist denn das hier hinten das ist noch ein böser baugier wird heißt vielleicht ist hier irgendwo jetzt finden wir jetzt auf die schnelle irgendwelche wutbalken oder blöcke oder wie auch immer die dinger hießen oh interessant versteckt mich hinter dem schnee war das sehr sicher dort eisphysics natürlich an die katzenohren ich will hier gerade nicht weg weil ich weiß dass über mir in den siegner ist genau die aber das bringt mich nach hier ich natürlich leicht irritiert weil ich keine ahnung was das sollte ok ok die eigentliche idee wie man die hochkommt ist das ja ach guck mal da geht es noch weiter interessant bauji mach mal eine feuerblume ok ich glaube da geht es eigentlich hoch ok gehen wir doch mal den eigentlich regulären weg was wir da alles noch so finden zieh mal einer an da drüben geht es noch weiter hier da sind münzen okay Super safe So Wollte gerade sagen Das sehe ich Sonst noch was Sonst ist ja nix Okay Dang Das hier ist ziemlich lang Oh ein Tanuki Die sind bisher relativ selten Oh smart Moment Eben einen Bimbo schicken Den Sieg mir einsammeln Holy moly Das Level hier ist auch eher so nah Und wie geht es dir so Also ich bin cool Tschö Bowser Der spawnt gerade erst Ist direkt schon wieder Donk Oh und das schaltet noch ne Nessie Passage frei Okay Aber holy shit Die Klepper Klepper Die Kletterpartie hier hoch war nice Die war definitiv richtig nice Und ich hab grad irgendwas im Auge Was nicht Da ist kein Insignia Und da ist keine Das Gefühl irgendwo ist noch einer Aber ich muss eben mal eben pinkeln Dann kann ich auch direkt mal gucken Was in meinem Auge ist Weil irgendwas stimmt gerade nicht Äh BRB Kann ich euch Musik einlassen Keine Ahnung Ich hab das Gefühl Soll Aber was soll denn passieren Soll mich Bowser töten Boah der war Ich stell mich einfach hier So Ganz kurz